Bei Verstopfung sind Früchte, Müsli und Joghurt oft nicht genug. Dulcolax wirkt zuverlässig und gut verträglich. Die Dragees oder Tropfen wirken über Nacht und befreien am Morgen. Für einen unbeschwerten Tag. Auch als Zäpfchen für die schnelle Wirkung. Bei Verstopfung Dulcolax überzeugen Sie sich von der Nummer 1. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.